Ich hab Raketenschub, guck mal. Tschüss. Ich dachte, mein Fenster fährt Land. Was geht ab, meine Freunde? Gerne und Prost am Start. Heute mal wieder mit einem neuen Video. Ist ein Best-of. Hierbei hab ich mir einfach gedacht, ich schneid die besten und die lustigsten Videos beziehungsweise Ausschnitte von meinen letzten Videos in letzter Zeit. Einfach mal zusammen, die ich eigentlich so witzig finde. Deswegen ist es ein Best-of Ausländer. Nicht wundern, meine Freunde. An der Stelle muss ich auch nochmal sagen, danke an die 400.000 Abonnenten in sehr kurzer Zeit. Also das ging jetzt mal wieder ratzfatz. Ich sag immer so, man hat gesehen, ich hab mich hingesetzt und Mühe in die Videos gesteckt. Deswegen hat auch Gott mir dann gesagt, weißt du was, auf deinen Nacken, ich gönne dir die Abos. Yallah. Ich hab glaube ich in irgendwie 2-3 Wochen irgendwie 70.000 Abos gemacht. Aber das juckt mich auch nicht. Die Leute sagen zu mir, hey, machst du nicht ein Special oder so? Diese Zahlen jucken mich nicht. Deswegen ich sag einfach danke. So, wenn jetzt 500, inshallah 500.000 kommen, wunderbar. Aber soll ich dann Sujuk-Pfanne machen, oder was? Obwohl ein Tutorial, ich mach einfach 500.000 Abonnenten-Special Sujuk-Pfanne. Egal, Freunde. Ich hab mir was ausgedacht hier in diesem Video. Schreibt dir mal in die Kommentare, wie oft das Wort Amenakäum gefallen ist. Also A-M-K. Einfach mal in die Kommentare am Ende reinschreiben. Ich suche mir dann einen raus und der wird auf jeden Fall, ja, ein Hoodie von mir bekommen. Deswegen gebt euch das Video komplett. Schreibt einem am Ende in die Kommentare einfach, wie oft das Wort gefallen ist und gebt euch das Video und Peace. Boah, Digga, die Karre ist Chuck Güzel. Einfach richtig lecker. Wenn die Karre jetzt ein Shisha wäre, dann wäre das eine gute Shisha. Ja, was ist das für Musikland? Haben die keinen Ibrahim Tatlis essen? Wo ist das? Das ist auch geil. Digga, ich will eine Zigarette eben essen. Äh, Zigarette rauchen. 5 Minuten. Dann bin ich sofort stattgab für dich, GTA. Warum? Da können wir gerne Döner verkaufen. Ich geb dir so einen Sniperkugel in den Kopf gleich. Ich höre es dir. Hör mal auf, Lodo, Sujuk-Fresser, Alter. Bruder, ich hab gerade Sujuk gegessen, ja. Aber dein Mundgeruch, dein Mundgeruch riecht bis Headset durch. Ola, was haben wir für schwule Anzüge an, Ola ist ja aus wie ein Bastard, ich weiß nicht. Richtig schwul, ja. So Glitzeranzüge, die sind aus wie so eine Boy-Gwub, schwule Boy-Gwub. Jetzt fick ich dich, guck. Ich fick dich, Lann. Guck. Richtig Esel. Komm meine Sitzung an, ich fick deinen Arsch. Ja, ja, kommt jetzt, kommt jetzt. Ich komm mit Vs, Vs, AMG, 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 AMG-Amnach, mit AMK, hinten steht bei mir AMK, statt AMG. Warum hast du dich nicht Gillette Abdi genannt, ja? Weil Gillette Abdi Patent hat, Loh. Patent. Ula, was zieht dein schwulen Mantel aus? Wir haben Sommer. Aga, ist kalt. Ich komm aus, aus miese Zeiten. 50 Grad in der Wüste, der zieht, der zieht. 50 Grad in der Wüste, der zieht. Ja, ich bin, ich bin Jatar, Bruder. Wo kennst du das? Ohne Witz, du bist so hässlich, ne? Das war der Padre der Zeiten. Wo bin ich hässlich, ey? Guck mal deine hässliche Fresse an. Hat ne Brille auf und tut so einen auf Schlau. Guck dir den Motorraum an, ja? Ja, guck, da war viel Arbeit drin, ey. Das war nicht türkische Werkstatt, Bruder. TÜV neu, alles neu, ja? Ich sag TÜV. Türkische TÜV, oder was? Türkische TÜV. Was hast du für schwule Schuhe an, ja? Buffalo? Das war früher die Zeit, Alter. Wallah, ich hab Mercedes AMG gekauft, ey. Wolltest du wem? S-65 AMG, Bruder. 570 PS hab ich gekauft. Guck, guck, guck dir die Kiste an, Bruder. Wasser 1, 2, 1, 2, 5, 5. Verwerse Auto. Hier Mann, hier Bruder, komm. Zeig mal. Guck mal. Du hast ihn gefickt, hast du ihn jetzt? Komm, Bruder, wir rushen. Wir ficken die jetzt. Wo sind die denn? Shisha-Bar sind die? Ey, da ist die Mann, da ist die Mann. Lan? Cherem. Oh, ah! Das ist einer, da? Bruno, Alter, Bruno. Hört sich an wie mein Hund, jo. Der hat ja meinen Wellensittich den schöneren Namen. Komm, erzähl mal deine Garage, lass mal deine Autos dann gucken. Warum? Willst du Auge machen? Auge machen. Ich will nur gucken, was für Kisten das ist, wie dein Geschmack so ist. Digga, was hast du für Autos hier? Bist du schwul? Was hast du für Farben, ne? Bruder, was laberst du? Ich geb dir gleich eine Box. Wala, du hast keinen Tuning-Geschmack. Ich schwör es dir. Schatz, guck mal seinen Geschmack an, seinen Tuning-Geschmack. Okay, dieser Centone kann man auch jetzt für drücken. Schöne Farbe. Gefällt mir. Aber was machst du noch mit deinen Fingern, ne? Ich zeig auf deinen Autos. Wie machst du das? Ich steck den in deinen Arsch rein. Komm, wie der aussieht, lan. Wie der Kurdo. Komm, wie der aussieht, lan. Es sieht aus wie Kondom. Zeig mir ein Finger auf ihn, zeig mir ein Finger auf ihn. Er hat ab, lan. Siehst du meine Autos? Das ist Geschmack, Bruder. Was ist das für Farbe, lan? Sieht aus wie Chupa Chup. Paco hat mir wieder geschrieben, was sagt er? Bruder, ich hab gerade angemacht. Nach nicht mal eine Minute. PlayStation abgestürzt. Amenakul. Ich halte jetzt wieder an. Ich fick deine PlayStation. Hast du mal einen schönen Vogel, wenn sie dich gesehen, Bruder? Ja, Mann, ich wüsste, Maschallah. Meine Coco, ja? Dieser andere Vogel ist Haiwan. Seine Freundin. Haiwan. Die beißt, Moro. Aber egal, ich mache aus der Helal. Bruder, komm bitte hier. Hilf mir. Hier ist wieder so ein Adolf Hitler mit, äh, Dings. Der kämpft wieder mit, äh, wie heißt's hier? Panzerfaust. Amenakul. Du merkst mich gefickt, hat er mich. Guck mal, ich hab Schnauze voll von diese, äh, Sucuk lecker, Moro. Ich mache aus den afrikanische Bambus, äh, Palme. Wirst du sehen jetzt. Er hat mich geballert, ja. Der ist heftig, dieser Mann, ja? War das nicht, diese eine mit Kondomanzug? Kebab, Gang, Amenakul. In diese Gang bin ich reingegangen. Was sind die mit diesen Messern? Diese großen Messer, diese Buschmesser. Apute Messer, ne Popo, nada, Moro. Aha. Gib mein Parra, Moro. Gib mein Parra, Moro. Was bist du, ja? Chinese oder Inder, was bist du? Gib mein Geld, Lan. Maniak. Amenakul, der wird jetzt sehen. Ich wüsste, ich hab Schnauze voll. Ich hasse Leute mit Panzerfaust. Der kann nur mit Panzerfaust kämpfen, Lan. Der ist auch so schwulen Mantel an wie du, der Mann. Der Lan, dieser Panzerfaust-Spieler, ich hasse Panzerfaust-Spieler. Weil Adolf Hitler lief damals auch nicht mit Panzerfaust durch die Gegend. Du Spasti, was ist ein Vergleich, Lan. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Ja, dann mach doch. Da, 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 da ist der. Amenakul, ficken wir. Er sieht aus wie ein Beschwuchtel, Lan. Amenakul, er hat mich getötet, Lan. Er sieht aus wie ein Pilophil, Lan. Ja, nur mit Unterhosen. Amenakul, der kommt mit Auto. Mit Unterhose. Digga, der ist drin, ey. Ich hab ihn gefickt. Mit seiner Unterhose. Amenakul, ich ziehe seine Unterhose jetzt aus. Warum will ich ihn rasieren ohne Shampoo, Amenakul? Wollah, ich mach auch, das ist zu nett. Ich beschneide ihn. Was machst du da hinten im Gebüsch, Lan? Suchst du Golfbälle, oder was machst du da? Ey, guck mal, ich hab dir Osmanische Backpfeffer gekauft. Warte, Bruder, ich geb dir deutsche Golfschläger, Murak. Dieser Bastard, ja, hat mir noch wenigstens zwei Packungen Eier gekauft. Petersilie, bisschen Sujuk, bisschen Paprikabiber. Ah, Murak, ich muss dir unbedingt was erzählen. Ich hab mir neuesten Motorrad gekauft. Zeig. Von Japaner, aber made in Turkey ein bisschen. Du lachst ja im Stab, Bruder. Weißt du, wie diese Maschine heißt, Bruder? Erzähl. Sujuki. Wollah, made in Turkey. Sujuki, Amenakul. Warte, ich hab bestellt. Wollah, 275 PS, oder tiefer, breiter, schneller, Amenakul. Oh, jetzt hast du gefickt, hast du. Lenker kaputt. Ich muss Spureinstellungen gehen. Mal gucken, wenn es zuerst reinkommt, ja? Oh, tschüss. Hast du die Olle gesehen? Ah, Polizistin ist auch dabei. Wollah, guck dir. Hier, mein Onkel, Lester. Wie geht's dir, Abi? Guck dir die Olle an, laden. Was macht dein Bein, ja, Bruder? Oder der Arme humpelt, ja? Morgen können wir, morgen kannst du den Dönerladen aufmachen bei GTA. Die haben Abdeck gemacht für den Dönerladen. Kannst du Hähnchenspieß verkaufen, Amenakul. Schreibt gerade jemand, ich bin süchtig nach Paco, mach mehr mit ihm. Wollah, 100% alle Schwulen, alle Götterens, alle Arschkippe, alles 31er-Bagrafen. Und dieser Jingle ist Afrikaner, laden? Nur, dein richtiger Name ist bestimmt Mufasa, Alter. Buschkrieger, morr, der hat bestimmt Baumhütte auf den Bäumen. Ich schwör's dir, Buschmesser haben wir nach oben. Ich komm nicht mehr raus, wie bin ich hier reingekommen? Bist du da am Golfbälle suchen, laden? Wollah, der eine hat mich Schrot gegeben, der eine Revolver gegeben, der eine Minigun. Sie kennen alle drei haben mich durchdurchscht. Bin ich Terminator, oder was? Ich schreib mir gerade King Dennis, ich küsse deine Augenbrauen. Wollah, sollen sie alle küssen. Ich mach mir ab, Frollo. Die Frisur ist beschädigt, bitte warten. Was? Der Frisur ist beschäftigt. Er sagt beschädigt. Wollah, ich schreib, die Frisur ist beschädigt, bitte warten. Deine Ombuds sind dünner als meine, Alter. Wollah, diese Frisur ist heftig, Mann. Du siehst aus wie Justin Bieber, am man da räumen. Aber einführungsche Version. Justin, nicht Justin Bieber, sondern Justin Biber. Biber, am man da räumen, Biber. Was hast du für geile Gingstermusik, am Auto? Dr. Dre, Snoop Dogg, wo da? Die Kanalisten, Show TV von E-Book und Tupac, Arminachoy. Tupac ist schon lange, Tupac, ja? Wo er, der lebt noch? Wollt ihr, wo Tupac jetzt lebt, Digga? Der lebt, der ist bei mir, oder? Der ist böre. Oder die sind alle auf Insel, mit Elvis, mit Tupac, mit Notorious, Notorious backt für die Pizza, Arminachoy. Tupac, 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 Tupac. Ich kenne einen, du, Wixx. Er liegt doch mit der Schlappe in seinen Arsch gesteckt, Lach. Du Götverden, zeig mit den Finger auf den. Wo bist du, ja? Komm, jetzt, zeig mit den auf den Finger, hier, mit denen. Auf wen? Du kleine Scharamuta, du Kachbe. Gib dein Geld, Lach, mit seinen Latexknüppel, Arminachoy. Sag doch mal so, wie ist die... Pisswasser, Arminachoy, warum steht hier Pisswasser, ne? Da muss einer draufstehen, oder? Einer in Zujukwasser. Das Auto kostet 3 Millionen. Ja. Tschüss, guck mal, hinten, Turbine, Arminachoy, wie Flugzeug. Wow, man, das ist Batman 007, oder? Du musst nur noch eine Pfanne hinten dran machen, und dann kannst du nebenbei mitten in der Fahrt Zujuk essen, oder? Du kannst nur noch Knoblauch stinken, Alter, ohne Hände. Wow, was für eine Ehre. Feier jetzt, Lach. Wow. Er freut sich, Tami, so. Das ist Granate, Lach. Das ist wie, wie, wenn du Dings dünner spießt, gerade aufgeheizt wird, früh am Morgen, wenn du noch spießt, rangehangen wird. 19 Jahre, Arminachoy, wenn ich wieder 19 wäre, das wäre heftig. Hätt sie wieder Haare auf den Kopf. Wer ist da, ja? Naja, was denn? Wer ist das? Ich weiß da, ja. Mach Palawa, Mann. Ach so, dann, äh, anonyme schöne Grüße. Ja, Digga, du kannst schießen, Arminachoy, und sie kennen, du kannst Dings ums hier, ähm, Fallschirm, Arminachoy, kannst du auch machen. Voll leicht kauf. Hüpfst dich, hüpfst diese Auto, wie so'n Frosch. Es gibt diese Auto von Paul Walker, Arminachoy. Was meinst du? Von Walking Dead, Paul Walker. Walking Dead, das ist von Forst & Furious. Nein, mein Bruder, von Notorious to Furious. Weißt du, was ich jetzt mache, Bruder? Ich werde mir diese Feuerwerksrakete holen. Ich werde vorne dran das Sijuk festbinden. Dann schieße ich die direkt in seinen Arsch, Alter, und dann einen Jungfeier ich ihn gleich mit. Okay. Guck mal. Das Lamborghini Hurrikan, ja? Von wo hat er das Auto? Heftig. Very nice, dein Auto. Very nice, Arminachoy. Oh, der Uhrensohn. Oh, kommt der mit Sprengstoff. Ja, das war dieser Typ da. Wir unterhalten uns an der Straße, und dann kommen die mit Sprengstoff. Das ist die Kette. Stell dir mal vor, in real life kommt einer mit Sprengstoff. Ja. Dann würden die Deutschen sagen Terrorist, Arminachoy. Nee, nur wenn die aussehen werden wie du, dann ja. Also die Deutschen sagen, wie Fangkuchenland. Guck mal sein Gesicht an. Guck mal, was er für Faxen macht. Woller gibt ihm dafür deutsche Golfschläge an die Fresse. Arminachoy nun. Und jetzt fängt Krieg an, Arminachoy. Den einen habe ich schon, Arminach, fast gekillt. Aber nur fast. Aber ich glaube, er hatte die Polizeiwaffe der deutschen Nationalen. Arminachoy. Ich habe den gefickt. Oh, die sind gut. Die sind gut. Ja, da kannst du ihn gefickt. Die liegen noch, ja? Guck mal, Bruder. Jetzt fick ich ihn. Und ich habe ihn gefickt. Sie Kerrem, Digga. Und habe ich diesen anderen nicht erwischt? Steht da nicht mein Name? Bruder, ich habe ihn getötet. Der Motorradficker. Siehst du meinen Kill, Bruder? Ich habe ihn gerade Zujuk in den Arsch gesteckt. Digga, guck's genau zu, wie ich ihn jetzt überfalle. Und ich fliege hier rum, ja. Er denkt, die Polizei kommt, aber ich komme, Arminachoy. Ich gebe ihm jetzt Zujuk. Ein paar Sekunden später. Er hat mich geballert, ja? Ich kann ihm helfen. Wir brauchen keine Hilfe. Wir sind zu gut. Ich gebe den... Deutscher Nationalfeuerwerk, Moro. Nein, der ist gut, ja. Ah, da steht einer. Aha, Raphael, Moro. Der Weihnachtsmann, Moro. Was ist der Weihnachtsmann? Mann, Alter, Lamborghini Hurrikan. Hayat, ja, mach mal eine Tür auf, Arminachoy. Dein kurdischer Auto, Moro. Gib, gib Autolan. Hä, ich habe schon wieder drei Sterne bekommen. Ja. Warum? Wenn du mit deinem Gesicht, wenn du mit deinem Gesicht irgendwo langfährst, ist kein Wunder, dass drei Sterne kommen. Ich lach morgen. Gelbe Night Raider, Arminachoy. Normalerweise ist Night Raider schwarz und hat Manchettenknöpfe als Reifen, Arminachoy. Bruder, du lachst dich jetzt behindert. Guck mal, bitte. Wir fliegen jetzt. Ihr Mundquatsch, diese orange... Ohaah, mit Fallschämen, Mann. Das ist ja, Arminachoy, Night Raider, Arminachoy. Das ist ja wie Akeli, Moro. I believe I can fly with you. Warte, ich spreche gerade mit deinem Scheißkiste, Moro. Kid. Zuzuk. Gib Zuzuk, Moro. Fahr in der Fahrt. Alter, du kannst über die rüberfliegen, du fährst die trotzdem an. Really, Nigga? Ganz kurz, Paco, wie geht's dein Wellensittich? Grüß alle Wellensittiche von mir und alle Weihnachtsfeiern haben nachgekommen. Ja, ja, viel Spaß euch noch, ne? Dir auch, Bruder. Dankeschön für die Grüße. Grüß alle Mitbürger, Schützbürger und Hamburger. Tschüss, guck mal über die ganze Stadt, ja. Was da? Guck mal über die ganze Stadt, voll schön. Ja, es sieht aus wie Los Angeles, Mann. Das ist doch Los Angeles. Aha, ich dachte, das wäre Istanbul. Wunsch. 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 Wunsch.